Naja, ich bin ja links von dir Nathana. Ok, ja, lockt auch aus und lockt direkt wieder rein. Ja und dann campen wir einfach da und dann können wir da auch die Raucher pausal machen. Oh. Du wirst doch nicht, ich schwein. Mann, war das lustig. Darf er das? Jetzt kann ich nicht mehr. Ich schaue, ich schaue jetzt rein. Was? Du bist für eine Nase? Noch, oder? Ich habe Lado. Ah, jetzt geht's. Ist nach dem Augen. Tommi. Ich bin da. Ok, dann sag was, wenn man nach dir fragt. Die schießen immer noch, Alter. Ja, ja, ich sag das ja. Die sind voll dumm. Was ist die Wohin? Bewegt euch mal nicht, ja? Ich hab' den Kontakt durchgehört. Das will ich mal. Alter, wo seid ihr? Ich bin in der Tanne hier drunter. Hinter dir. Ach da. Wann ich schon wieder geschossen? Jetzt so. Ja. Ok, jetzt go. Tony, bist du da? Ja, ich rum. Ja, ich war da. Wir machen Horror-Proson, wenn wir drin sind. Alter. Ja, ja, wir gehen, ne, ne, wir müssen außen rum. Wir müssen außen rum. Ihr wisst nicht wo die sich aufhalten. Das ist viel zu gefährlich. Es fehlt einer. Ich sehe nur zwei Leute. Wo ist der dritte? ich lege noch ich bin raucher habe ich doch gerade gesagt habe ich doch gesagt du hast gesagt dann machen wir gleich raucher ab und machen wir in gelockt sind ok ok wusste ich habe ich überhört na immer noch da wo ich ja dann leg mir auch kurz in die tanne aber ich hätte doch eigentlich stehen den könig jetzt baum durch mit meinem geilen kopfschmuck die sind so dumm jungs wir müssen die unbedingt holen zombies wahrscheinlich das problem ist die stelle da oben ist gefährlich bei den zelten ich muss überlegen wir brauchen auch auf jeden fall wir müssen die ersten zwei schüsse müssen mit schalldämpfer sitzen weil sobald wir einmal geschossen haben müssen wir uns definitiv bewegen weil wenn wir nicht treffen müssen wir da abhauen ich bin ready lass einfach direkt hoch laufen dann scheiß drauf jolo ich bin fertig warte ich bin fertig warte tommy jalla ja meine hose ist schon runtergerutscht beim rennen ok let's go da hoch das müssen zwei sein minimum ne mhm, keiner sehen wir dann das hab ich ausgerüstet ok pass auf und jetzt schießen die nicht mehr das ist das gefährlichste immer naja versuch unprediktable zu laufen so gut wie es geht ganze Zeit schon Kau sich zur Not machst du wieder den hier, warte? ne, nicht warte und dann warte du würd ich ruhig wenn ich rote sind musst du mir das sagen mhm hier ist schon mal das Gitter der Zaun das was die schießt nicht mehr mich mich stresst das gerade mega dass die nicht mehr schießen oh man also ich bin auf alle von den Ego Perspektiven mhm oh wir sind bei den Brücken passt auf warte mal wenn wir hier die Brücke sind wo sind denn die Schuss sind hier die Zelte hier hinten ja dankeschön die sind so dumm die werden eine von denen wird hundertprozentig sterben weil ich mit dem Scope stand hoch gehen die mal nein 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 das ist die Brücke um zu gucken die sind zu weit weg einfach hinter mir bleiben wir machen das jetzt ich glaub die sind bei den Dings alter bei den Containern ja die sind bei den Baracken ach das war sehr laut sorry aber die haben das nicht gehört nennst du ja ach das war ein Baum lol ist das Fenster mir gewesen soll ich mal kurz hochscopen die nein 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 die sind da nicht die sind bei den Baracken vertrauen wir direkt geradeaus vor uns Zombie weiter 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 die sind die sind locker bei dem beim 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 oh i love it die sind locker die sind locker die sind locker das war ganz schön komisch gerade jetzt was passiert ist ah ah Tommy fliegt glaube ich Tommy fliegt ja ich bin da naja du stehst mir auf der Stelle hast du Sound im Spiel? ok 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 let's go let's go umso umso besser umso besser für Tommy die die Baracken jetzt hier vorne nicht reingehen lass die Fenster checken ja von links die Fenster da kannst du in den Raum gucken die werden hundertprozentig auf sein die Fenster äh die Türen hier ja auf ne Tür auf ne Tür auf ne Tür die sind bestimmt seit hinter mir ok die sind bestimmt auf dem Hochstand da wo gebaut wurde oder auf dem Polizeihaus wir warten jetzt hier das hier nochmal oh scheiße Digga die ist ein bisschen cringe hier zu stehen ja im Bus folgt mir einfach die ganze Zeit Augen auf mich am besten so gut wie geht so pass auf komm mit wir machen das jetzt so 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 keiner drin ok ok seit hinter mir ja sehr gut nicht springen bitte jungs jungs chillt man warum springt hier ok weiter ja wo wir nachts ist dann machen ja dann sie so gar nichts ist ja tagsüber ich bin jetzt nur noch aufpassen die Tür ist offen hm da wird der Mensch drin sein ich scope das mal kurz aus das Gebäude da auf dem Dach sind die auch nicht PD Gebäude ist schwer zu erkennen nicht so viel bewegen Leute auf dem anderen Gebäude ah fuck ich kann es nicht sagen kommt mit ok wir gehen jetzt hier rein wir chillen jetzt alle hier drin erstmal rein 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 bis wir noch meinen Schuss hören zumachen ach tot sache zumachen wieder äh nein nein nicht zumachen wir müssen nämlich gleich raus wenn es soweit ist vielleicht schießen ich nochmal trocknet euch ab macht euch ein bisschen fertig oder nach dem anderen nicht oder gleichzeitig Tommi fang du an Tommi fang du an und falls du nichts essen will dein Fahrzeug anfangen naja ich fang an ach mit loggen nein mit loggen ja logg mal Tommi ich mach direkt mit Yolo Sachen trocken und ihr passt auch auf die Tür ja sehr gut wenn wir Glück haben war das nur eine Shotgun und die sind schlecht boah die müssen noch einmal schießen hier ist das nicht ich habe das Gefühl die sind bei den Baracken so wie wir gechillt haben das ist die uns schon mal gesehen aber nein nein verträume die haben uns nicht gesehen wenn die so lebens wieder rumschießen hätten wenn die so lebens wieder rumschießen hätten die schon längst auf uns geschossen wenn die uns gesehen hätten vertraue mir das sind Leute die haben nichts zu verlieren die kriegen wir noch das sind dieselben die haben doch vor rum geschossen die haben wiederum geschossen wenn der Regen auffällt werden sie wieder rumschießen vertraue mir ich habe dir gesagt wenn Schicksil will dass die sterben und wir die umbringen dann will Schicksil das und wir sind wieder hier wir haben die schießen gehört ich habe sie gesagt bist du fertig? ja ja na dann tauschen mit jemandem dass die ausruhen können achso mein Bandana noch Tommy geh schon mal in die Ecke ja noch Masse deine Maske stimmt yeah Gruppentrocknen Ghost Maske einfach ich kann jetzt auch gleich oder? ich bin auch fertig ich muss noch die Maske machen dann komm ich oh öfter ja ich muss das mal weggehen schon wieder krank? ich hab noch 10 Stück ich hab eine Tetrazylin gegeben ich hab noch 2 Tetrazylin ich brauchte die ja und eine Aktivkohle nein nicht machen Kausik ey egal was ihr macht nein 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 kein Steuerkreuz sie sehen das wenn die nah genug sind man sieht das ja normal nicht Steuerkreuz benutzen ja das muss immer nach unten gemacht um zu gucken die Entfernung geht nicht tiefer wie 25 ich bin auf 100 oh Gott oha Digga achso ja weil ne ne weil du kein Visier hast deswegen die werden richtig abschillen da ey und was wir gleich machen werden ist wenn es sein sollte dass es dunkel wird ja ja und äh werde ich und Kausi da rüber gehen mit Nachtsicht und gucken ein bisschen Auge machen was abgeht oh also da liegen gerade hier ja ja ich muss doch voll pissen jetzt ne ne schnell ne ne ich kann nicht hab mit Kausi die Tür im Blick ok bis gleich bis gleich kalt Toni ist sie kalt Toni? kalt? du frierst doch ich gebe mir Toni seine Jacke in der Hand fahre der ist kalt Toni? Guck mal her, so klar ist du was zuerst. Wer steht denn vor mir, das ist nicht so schlau. Toni. Toni, geh mal weg. In die Ecke drüber. Toni, hast du eine Jacke Platz? Guck dir das in die Jacke. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber was ist dabei eigentlich? Ist die Aufgabe zu regnen? Ja. Ich hab kaum Geduld, ich will die ganze Zeit pushen. Das kann aber auch drastisch nach hinten losgehen. Nein. Ich kann auch mit Toni, du hast bloß die Flinte mit, ne? Sniper. Ja. Toni, schlechtester Zeitpunkt, was deine Freundin gerade macht. Da müde dich bitte. Hä? Weil ich muss hören. Ich hör Fernseher. Ich hör Fernseher. Ah, ich auch. Das reicht schon, das ist nicht zu schlimm. Das können wir grad null gebrauchen, aber wenn sich einer anschließt, hören wir die nicht. Was sind die wohl machen, Digga? Ich lämle die auf. Hier vorne ist auch bei mir. Wut. Ich guck mal, dass er nicht so richtig dreht oder so. Ich tschuze mal, nichts zu viel zu reden. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob die auch Nachtsicher haben. Nein. Ich tschuze mal, nichts zu viel reden. ich lass die tür auf deswegen lass ruhig sein ich bin halt immer noch nass das ist mein rucksack der nass ist ich bin gerade mega laut das gefällt mir nicht warum schießen die nicht mehr jemand die rechte seite ab kann ich machen ok Was machen wir, was machen wir? Warten, bis es dunkel ist. Ist ja schon. Wenn der Regen aufhört, dann geht nie auch was. Dann machen wir das Nachtsicht an. Was mich am meisten stört, ich will wissen wie viele das sind, Alter. Ich save, Minimum 2. Ich habe voll Bock so auf sieben, acht Leute, Digga. Einfach alle auseinandernehmen. Komplett ausrüsten, ich sag's dir, mega nice. Ich habe 360 Rundenmagazine, Digga, weiß ich, alle weg mir. Gar kein Problem. Ich kann mit 30 Schuss locker vier Leute killen. Ja, doch, auf jeden Fall. Ich brauche das. Doch, Regen hat aufgehört. Hm, ich weiß. Ich mach mal kurz mein Nachtsicht an. Ich würde auch anmachen wollen. Ich würde auf meiner Seite umgucken. Dings, wenn du überlegst. Warum? Da ist eine Batterie drin. Bleib mal bitte hier drin. Ich komme gleich. Das ist alle. Mara, komm los. Oh, ich muss mir das Lichter ausmachen. Oh, awesome. So, there. Okay. Okay. Ja, was geht denn? Es ist eine Pistole, es ist die Leere, die du siehst. Ich komme auch aus der Tür aus, bleib mal da bitte. Habt ihr das gehört? Ja, ok, dann haben die das wahrscheinlich auch gehört. Ja, die hinter mir bitte ab, die Mauer. Ja. 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 Ach, Tommi, ganz schlau. Tommi. Bin nehmt euch mal rein, bitte. Das muss da funktionieren ohne mich. Na ja, sieht halt nach, oder? Wir gehen jetzt mal so ein Schritte. Tschüss zu. Ich hab von da, wo wir kommen sind, die Baracke hab ich im Blick. Ist noch alles da, ne? Scheiße. Warte kurz. Ich muss kurz raus essen. Mhm. 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 Du mal deine Pistole weg und heb mal die Batterie auf. Ach scheiße. Haben wir Tesafilm? Hat jemand Ducktape? Ja, dropp mal Ducktape. Ja. Okay. Jetzt sind die Batterien die Hand. Aber ich such mir eine kleine Stelle zum Ausbrochen, ja? Warum? Nee, ich muss halt mal ein bisschen früh im Bett. Ich muss mal was zum Amt. Ja, okay. Kannst mal. Ja, die Batterie ist voll. Lock dich aus. Der Glitch funktioniert. Kannst dich wieder entfreien und die Batterie nehmen. Die Batterie ist nämlich voll. Hast du gesehen, ne? Und bleibt ihr denn hier oder läuft ihr denn, äh, nachher wieder runter? Keine Ahnung, je nachdem. Ich denke mal, ich werde mich denn hier irgendwo draußen vorm Sonnenbüsche legen, wo keine Zombies sind. Ja. Meine macht nämlich auch nicht mehr lange mit. Ja, Tommy, dann, äh... Dann tausch dir bitte doch mit dem... dem Visier. Hä? Ja. Tausch dir die Halb. Leere da. Die volle. Bis 80. Das bricht mir jetzt, glaube ich, besser, oder? Ja. Ich mach das jetzt eben. Ich hab hier noch eine hier. Zack. Oh. Ich hab ja welche hier noch. Okay. Bist du fertig? Tommy, du kannst dich dann separat auslagen, ja? Ja, ja. Wir gehen dann jetzt los. Was hat aufgehört zu regnen? Ja, warte mal. Meine Handschuhe noch. Kannst du nicht? Was ist hier denn schon krammern, ey? Wie ein Klitschen ist das denn? Mhm. Vorher ich zurecht die Platten wirst du nicht? Nein. Ich stürme mit euch noch raus, dann renne ich hinten über den Pfingst rüber da und dann hab ich noch weiter. Alles klar. Aber wir stürmen ja nicht, wir laufen ganz normal. Okay. Bist du bereit, Toni? Bist du bereit, Toni? Mach's aber... Egal, ich bin auch noch. Let's go. Mach direkt hinter der Mauer, Tommi, im Busch. Direkt da. Wo du grad warst. Hier draußen ist ein großer grüner Buscycling. Ja, die Tür hab ich hier aufgemacht. Links von uns im Gebäude, wo gebaut ist, sind die auch nicht drin. Ich hab die ganze Zeit geguckt. Wir können ja noch mal... Wir können ja noch mal... Jo, hau rein. Entschuldigung. Bist ein. Bist ein. Wir können noch mal zuerst in dem Gebäude reingucken. Ob die da drin sind, einfach per person die Party. Einfach so reingucken erstmal. Na, Tür ist auch noch auf. Okay, hier sind die nicht drin. Die haben sich locker im Gebäude dahin ausgelockt, weil die Tür war dann nämlich Dings. Okay. Macht einer hier hinten die Fenster gucken? Richtig zu mir. Ne, hier vorne, vorne das Gebäude. Eltgebäude. Guckt hier rein, ob hier jemand drin ist. Habt ihr gehört? Hast du gehustet? Ich nicht. Wer von euch? Hier ist jemand drin. Ey, wer hat gehustet? Ich nicht. Okay. Ist hier jemand drin? Ich guck grad schon. Ich guck grad schon. Wenn wir in den Maximum duschen. Oder um Ecke bei der Tür. Wer rennt denn da? Wer rennt denn da? Da rennt da einer. Wo? Wir sind zwei vor mir. Vor mir, vor mir, vor mir. Wir rennen das L raus rein. Okay, 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 okay. Warte. Warte, 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 warte. 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 Vorsichtig. Vor uns, genau das Haus. Ja. Zwei Leute. Die haben uns aber nicht gesehen. Okay. Toni, geh hinters raus. Wollen wir jetzt mal reinpushen? Die rennen, die rennen nach rechts. Folgt mir. Der ist da hinten am Gebäude. Folgt mir. Ich kann nicht rennen. Egal. Mach langsam dann. Zwei oder einer? Keine Ahnung. Der ist im Haus drin. Oh, oh! Gedenkt. Geduckt! Laufeln, geduckt! Laufeln, geduckt! Laufeln, geduckt! Laufeln, geduckt! Laufeln! Der ist vor uns im Haus drin. Oh! 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 trib! Auf Tüch! Oh! Ah! Von wo schießt der? Vom Dach? Vom Fenster? Von wo? Kannst du nicht sagen, Rad? Vom Haus, glaube ich Tommy, bitte Oben vom Dach Habe ich ihn? Ich weiß nicht, ob ich ihn getötet habe, Jungs Ich habe Zombie, oben auf dem Dach, der ist da immer noch Tommy, du musst jetzt hinter uns abpassen Ich weiß nicht, wo der zweite ist Ich weiß nicht, ob ich ihn getötet habe Ich kann das 0 einschätzen Oh Der ist immer noch da oben Der ist immer noch da oben, der ist immer noch da oben Auf dem Dach ist er. Du, die nicht bewegen, nur im Kreis, wenns geht. Wo bin ich denn tot? Ganz oft. Ja, schaust auf das Spiel, ja.